Hallo Hallo Schatz Alles ok? Ne, es ist was passiert Das höre ich in deiner Stimme Es hat angefangen Der ungebetene Gast ist wieder da Ja Guck mal, gehst jetzt erstmal ins Bett Oder aufs Sofa Legst dich hin Kuschelst dich ein mit einer Decke Machst dir einen Tee Das hält Bis ich da bin Ich bin in einer viertel Stunde da Ciao Ciao Hallo Prinzessin Na, wie geht's dir? Hallo Schatz Geht's dir besser? Es geht Ja, dafür habe ich gesorgt natürlich Ich war bei deinem Lieblingsstar wie Barbie Ich konnte mich nicht entscheiden Deswegen habe ich einfach mal beide Von diesen Getränken hier mitgenommen Dann geht's dir schon mal besser Dann habe ich noch Schokolade mitgebracht Löffel Eier mitgebracht Da ist ein Harry Potter drin Der zaubert alles weg Wusste ich bei den Blumen natürlich auch nicht welche Deswegen Einmal für dich Und einmal für dich Danke Jetzt mach ich dir eine Wärmeflasche Und dann gibt's ganz viel Kuscheln, okay? Dann geht's dir schon viel besser Muah